Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich würde auch ein bisschen mehr ... Ich hatte da Kontur in der Nase, ich glaube schon. Ein bisschen schon. Äh, studierst oder machst du eine Ausbildung, wenn ja, in welchem Bereich? Ja, ich mache Ausbildung als Fitnesstrainer. Thank you so much, Gina, thank you so much. Thank you so much for roses. Okay. And thank you so much for likes, guys. Das ist so fucking ... Ach, du Scheiße. Gina, thank you so much. Äh, nee. Oh, my God. Thank you so much, Gina. Ja, ich weiß nicht. Das ist maybe Schicksal. Warte, weil dieser Scheiße ist auf den Boden gefallen. Das müsste ich damit aufpassen. Ja. Ja. Warte, wir müssen ein bisschen mehr ... Hast du Geschwister? Ja. Joker ist Icon. Ja. Oh, das geht mal. Mal学 werden. Oh, das geht mir jetzt. Ja. éc journals bulletin. Dit wird unser immer home hier. Ich will es Ihnen einfach mal sein. horsepower oder warte. Ja, und mit dem Teich. Alle Make-up, oh, this is my sister, ja, ich, ich hab, äh, eine Schwester und drei Brüder und, wow. Und this is my sister. Oh, sorry. Mega, thank you so much. You get black. Ja, das weiß ich nicht, musst du einfach Batman fragen. Warte, wir müssen einfach meine Haare machen jetzt. Ich, ich mache jetzt hier so ha, 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 ha und so weiter. Dann hab ich mir zuerst, warte. Jetzt ist das wichtig. Slay. Jetzt Slay. Warte, wir müssen brauchen mehr Stift. Thank you so much, my sister, for likes. Ich, 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 ich geb noch ein bisschen Blut dazu, weil ich brauch ein bisschen so Blut, damit das so ein bisschen creepy aussieht. Aber das mach ich am Ende. Zuerst muss ich einfach jetzt meine Knochen mehr hier so. Ich weiß nicht. Warum gehst du? Warum redest du so? Wie rede ich jetzt? Ja, ich verstehe das einfach nicht. Warum redest du so? Weil ich darf? Warte, ich muss jetzt Spiegel nehmen und aufstehen. Ich hab das verkackt. Ich seh vielmehr wie Vampir aus. Halt die Klappe. Ich rede nicht mit dir, Siri. What the fuck? Komisch liebes du. Dankeschön. Das muss ich ein bisschen weg machen, weil das ist irgendwie zu viel. Wenn es dir nicht gefällt, dann musst du eigentlich auch nicht hier bleiben. Ist mir eigentlich scheißegal, was du über mich denkst. Was du über mich denkst und ja. Nee, ich will mit niemandem jetzt live gehen. Ich bitte dich. für dich. Du auf keinen Ort. Du livingst du跟 ging es nicht fünf당? Di letter W TemperC dokument! Dann gibt es noch Box Ceil. Weil die Arme Jesu Cave derrière. Bei der fragrance ist das intend. Das ist so. Das ist ein paar Haute aus? Die machen. Das ist besser. Das ist das. Du w sorry... Ich hab zu viel eigentlich gedrängt. Okay, warte, weil ich, gleich muss ich euch was ... Ich mag solche Menschen nicht, aber ja. Wir machen ein bisschen hier, damit dass dieser Ton hier sich zusammen mischt. Checkt ihr, was ich meine? Was soll das werden? Ey, ihr versteht einfach meine ... Ich sollte einfach für euch gar nichts zeigen, for real. Ihr seid einfach so böse irgendwie. Jetzt kommen die Menschen, die sich jeden Tag schminken. Da steht einfach, was ich jetzt mache. Das hier muss mehr ... Und ich geh, ich glaube, so raus. For real. Danke dir auch. Ich geh so raus und werde ich einfach die Reaktion von Menschen ... Ich will die Reaktion von Menschen sehen. For real. Wunderschönen Dankeschön, Lena. Wunderschönen Dankeschön, Lena. Soll ich ein bisschen weiß auf mein Gesicht machen, dann kann ich das machen, aber ... Ich ... Warte. Ich muss zuerst die Farben ... Warte, weil meine Hände sind jetzt pink ein bisschen und dann, wenn ich das ... Warte. Aber das macht eigentlich mein Gesicht nicht weiß. Nee, das ist das Problem. Ich hab das Problem ... ... mit meinem Gesicht und wenn ich das ganze Gesicht jetzt weiß machen werde, dann ... Dann am nächsten Tag bekomme ich Picole, deswegen. Ich mach meine Version einfach. Ja, ich mach einfach meine Version, ich muss nicht wie Joko aussehen, so, weil manche Leute haben Probleme mit Haut und so weiter und deswegen, warum soll ich das machen? Manchmal haben das Problem, dass es Kuroi einfach nicht so gut ist, aber es ist mir nicht so gut. So, wir machen ein bisschen, äh, ich hatte hier so Rot. Ich mische das einfach mit Schwarz, dann glänzt es sich ein bisschen mehr. Ich auf Party? Sehr gut, Filter. Welche Filter? Männer können sich auch schminken und das kann ich euch jetzt beweisen, guckt mal. Look at my face. Ich mach jetzt meine Haare. Und dann geh ich meine Hände waschen. Dann mach ich einfach zuerst meine Haare. Genau. Warte. 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 Und Tattoos machen. Okay. Ich muss erst... Was hatte der hier? Warte. Bin ich dich auch? Ich will dir glänzen.